Morgen ihr Lieben, hier ist Tusha Geyla mit dem Videotagebuch. Schön, dass ihr einschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es super, ja, abgesehen davon, dass ich zum Friseur muss und es ist Zeit, dass die wieder öffnen, weil mein Ansatz muss nachgefarkt werden, aber da wird jeder hinlaufen und man wird nicht so leicht einen Termin kriegen. Ja, ich habe das früher oft auch selbst gemacht. Ich hatte jeder denkliche Haarfarbe, die man sich nur vorstellen kann. Man hatte solche Fingernägel. Mir sind auch Missgeschicke passiert, weiß Gott. Und ich mache da mal Videos drüber und auch über Brad Mondo. Brad Mondo ist ein Friseur aus New York und der macht ganz super tolle Reaktionsvideos über Menschen, die halt zu Hause ihre Haare machen und komplett versagen, ja. Super tolle Videos. Schaut ihr euch mal an. Ich mache da, wie gesagt, ein Video drüber und verlinke das dann auch und erzähle auch meine Geschichten, was ich versaut habe. Habt einen schönen Tag. Alles Gute. Bis bald.